hallo meine schwierigen freunde um weiter geht bei der neuen folge the last stand after me so wir sind an der plakate wieder mal und haben ja schon fast alles gecleared haben hier aufgehört ich will mal gucken hier müsste eigentlich eine spritze drinnen sein oder er wird die nummer gleich mit und hier oben war glaube ich noch position ist denn hier war das magazin mal alles vertauchen so nachlassen nicht vergessen was ist hier los ich will rein lass mich rein ich brauche Fleisch ich brauche Fleisch Schnauze Schnauze so das war es eigentlich na miese missgeburt alter so ey scheiße 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 aussteigen noch hinten rein tun muss man doch noch hinten rein tun so da geht's wo fahren wir hin zur tankstelle müssen wir ey da brauchen wir drei kanister sprit das kann doch gar nicht sein leute verdammt da geht's da geht's da geht's ich geh bitte da vorne ich geh bitte da vorne haben wir eigentlich ich bin aber auch total überladen ey das ist der hammer was gibt's denn hier leute was gibt's denn hier leute das alles das ist das ist dass das ist Blödes Drecksvieh, ey. Ne, 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 du nicht, oh nein, du nicht, Mann, das ist ja sonstiges, ah ja, ist ja tot gewesen, oder was, ja. Ne, 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 ne der Funkgerät für halbvoll ein damit sehr sehr gut gut jemand zu hause viel haben sie mir nicht da gelassen ich habe auch jetzt habt ihr es gesehen Riesboschläger ausrüsten du Assi nein nein scheiße das kann doch nicht wahr sein wieder tot das kann man wirklich jetzt der abgezogen hat das kann doch nicht wahr sein Läuferausrüstung ist nicht normal Gasmeter gegeben ist doch nicht normal das kann nicht sein das kann nicht sein das ist 10% Ausdauer das ist 10% Ausdauer das ist 10% aus das ist 12% Ausdauer Warte mal, ich werde ja eigentlich mal mit dem Rucksack. Ich habe wirklich gestorben, ey, das kann gar nicht sein. Oh Mann. 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 Das ist ein guter Kammal-Pau. Ich hoffe, ich werde jetzt hier etwas schönes abziehen. Ich bin ein bisschen zu verletzten, aber ich bin ein bisschen zu verletzten. Okay. Oh, da bringt uns vielleicht noch was. Schlau ist noch mal. Tut mir leid Jungs und Mädels, aber das ist halt wie es ist, damit habe ich nicht gerechnet, dass er uns so ein dicker ist und gleich mir so einen Schaden macht. Na gut, weiter gehts. Das ist halt wie es ist, damit habe ich nicht gerechnet, damit habe ich nicht gerechnet, das ist halt wie es ist, damit habe ich nicht gerechnet, damit habe ich nicht gerechnet, dann drauf, auf dem Kopf, Matsch. Katana, schlecht. Was ist das? 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 Das war's für heute. Ja, ja, ja. Guck mal hier. Schöne Kiste. Neun Millimeter. Was ist denn los hier mit neun Millimeter? Ja, ist gut. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 wieder dunkel da hinten glitzte einer oder was das ist der schreibstoff das ist der schreibstoff Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es kann nicht ausfallen. Ich schätze mal, da werden so zwei Ladungen drin sein. Okay. 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 Ich kann leider keinen zu überspringen, gell. Das ist... So, fahren wir hierher. Das ist auch ein guter Anfang, um die Folge zu beenden, Leute. Das war's schon wieder. Ich bedanke mich bei euch beim Zug... Danke mich bei euch beim Zuschauen. Entschuldigung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen Kommentar. Oder abonniert nicht. Eins von beiden. Also nicht eins von beiden. Ihr könnt ruhig alles machen. Also, dann bis später. Tschüss, euer Pepe.